Ich glaube, jeder von euch, der Minecraft spielt, kennt TNT. Ich glaube, jeder von euch weiß, wie viel ein TNT kaputt macht, wie viel Explosionskraft das hat. Ja, ein kleines Loch haben wir hier. Aber jetzt will ich wissen, was passiert? Oh Gott, ich traue mich nicht umzudrehen. Was passiert, wenn wir 250.000 TNT-Blöcke zünden? Überlebt das mal in Minecraft, was wird passieren und wie groß wird der Krater sein? Das will ich jetzt zusammen mit euch herausfinden, oh Gott. Ich würde sagen, ich warte nicht lange und wir zünden es. Okay, Standbild. Ich höre nur noch Explosion. Ich habe ein Standbild. Oh Gott, hier ist alles zerstört und es hört nicht auf. Es explodiert immer noch alles und ich glaube, ihr solltet die Finger davon lassen. Abonniert, wenn ihr mehr davon sehen wollt.